Guten Abend miteinander. Rund 60 verschiedene Gemüsearten werden in der Schweiz angebaut. Und das Angebot ist nicht nur im Sommer gross. Auch jetzt steht bei GOP jeden Tag eine riesige Auswahl an bestem inländischem Saisongemüse zur Verfügung, die Abwechslung und Farbe in Menüplan bringt. Weil das Gemüse für eine gesunde Ernährung so wichtig ist, sollte man schon beim Zubereiten und Kochen gut aufpassen, dass möglichst wenig von diesen wertvollen Nährstoffen wie Proteine, Mineralstoffe und Vitamine verloren gehen. Lassen Sie das Gemüse nicht lange im Wasser liegen. Waschen Sie es kurz und gründlich. Schneiden Sie es erst kurz vor dem Zubereiten. Nehmen Sie zum Kochen ein Minimum an Wasser und kochen Sie das Gemüse möglichst kurz. Besonders aktuell ist zur Zeit der Brüsseler und das ist ja sehr interessantes Gemüse. Warum eigentlich Herr Perlini? Ja, der Brüsseler oder eben die Gigoria Wurzeln hat man seine Zeit in Belgien als Kaffiersatz angepflanzt. Erst später hat man dann gemerkt, wie vielseitig das Gemüse eigentlich ist. Interessant ist übrigens die Anbaumethode von Brüsseler Herr Perlini. Ja, das stimmt. Die Wurzeln hier, die im Sommer draussen auf dem Feld wachsen, werden jetzt während der Saison in solchen Kästen angetrieben. Man sieht hier die verschiedenen Wachstumsstufen. Bis man den Brüsseler ernten kann, geht es rund 20 Tage. Und damit die Zäpfe so schön weiss bleiben, passiert das alles in völlig dunklen, warmen Räumen. Vielen Dank Herr Perlini. Trotzdem kommt der Brüsseler nicht nur aus Belgien, sondern wird auch je länger je mehr in der Schweiz abgebaut. Ein besonders interessantes Angebot aus Ihrem GOB-Center und GOB-Warenhaus ist die flauschig-weiche Frottierwäsche aus 100% Baumwolle. Die saugfähigen Waschlümpen, Frottier- und Badetücher gibt es in verschiedenen modischen Farben und Sie können sie bis 60 Grad in der Maschine waschen. Fast so schön wie die Ferien selber kann es planen sein mit Popularis. Jetzt sind sie nämlich wieder da, die neuen Ferienkatalöge mit einer Fülle von attraktiven Angeboten. Zum Beispiel preisgünstige Badeferien, erholsame Flussferien, Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren und über die Ostern in den Süden. Die neuen Popularis-Ferienkatalöge können Sie mit einem Coupon aus der GOB-Zeitung von dieser Woche Cola oder jedem Popularis-Reisebüro abholen. Und jetzt noch ein letzter Hinweis. Bald schon beginnt die Fasnacht an. Und darum gibt es jetzt bei GOB wieder die beliebten Fasnachtsküchen. Fein und zerbrechlich und knusprig zart. Zart wird übrigens auch ein Suppenhuhn, wenn Sie es so machen wie im Rezept aus der Studioküche. Mit Tofu, das wissen Sie ja, kann man fast alles machen. Ich brauche ihn hier als Beilage in einem kräftigen Hiener-Bouillon. Ein Suppenhuhn in zwei Liter Wasser zum Kochen bringen, salzen, pfeffern und ein Gemüse-Bouquet dazugeben und zwei Stunden kochen lassen. Den Bouillon von Zeit zu Zeit abschäumen, dann durch ein Sieb passieren und den Bouillon wieder heiss werden lassen. Das habe ich hier alles schon vorbereitet und jetzt mache ich den Tofu in den Bouillon. Dann, nach etwa zwei Minuten, den Tofu rausnehmen, in eine Schüssel anrichten und eine Sauce dazugeben aus fein gehackter Schalotten, Sojasauce und Ingwerpulver. Ebenfalls ganz fein geschnittenes Bouletfleisch dazugeben. Und dann können wir den Hiener-Bouillon-Butterfly mit Zitrone und ein bisschen grünem Garniert servieren. Das ist jetzt alles ein bisschen schnell gegangen, aber Sie können das Rezept ja in der Koop-Zeitung von dieser Woche nachlesen. Einen guten! Soviel für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Anschließend zeigen wir Ihnen noch die neuen Koop-Sondragebote. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. In allen Koop-Warenhäusern gibt es Damenpullover in drei verschiedenen Modellen und Farben für nur 49 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop-Matschi-Suppe, Minestrone, Bündner, Gersten und Fleischkügel, ein Beutel statt 1,35 nur 1 Franken. Und Bauernsuppe, Haferkern, Riebeli, Golderbs mit Speck, Spargeln und Griessuppe, ein Beutel statt 1,15 nur 85 Krabben. Goldstart-Boulet-Brust-Pfilet-Geschnetzel, 300 Gramm statt 4,50 nur 3,70. Schweizer Racklekäse am Stück, per 100 Gramm nur 1,45 und in Scheiben per 100 Gramm nur 1,59. Kaffeerahm, 2 Deziliter statt 1,35 nur 1,15. 5 Deziliter statt 2,85 nur 2,40. Und im Portionenbecher 10 x 12 Gramm statt 1,15 nur 1 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Koop-Brussenzopf statt 4,10 nur 3,30. Bananen per Kilo nur 1,70. Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!